Da kann ich ja nur verlieren. Kein Wunder, dass ich das gewinne. Ich habe jetzt gerade gar nicht vor wie viele Gewinnrunden eingestellt worden. Was ist denn das? Smart. Das Kindsmord ist eine Elefantenrolle. Aber das andere sind Sniper. Wir haben keine Raketen, wir haben nur Scharfschützen. Wir müssen euch also raussnipern. Wir sind ja Punkte überhaupt hier in München. Ich habe einen Platten geschossen. Das ist auch geil. Auf den Scheiß. Nein, ich muss gerade weg. Der hat mir Platten geschossen mit der Peckmöhre. Alter! Ich habe keine Karte mehr. Ich habe eine Fehlkonstruktion. Das Problem ist einfach, du hast gar keine Chance, wenn du jetzt hier laufen musst. Ich sehe gerade was. Kannst du aufhören, mal Autowerk zu schießen? Das ist ja Wahnsinn. Wer weiß, wird auf den Reifen geschickt. Da kann man angeguckt. Hör auf damit! Du kommst aber, ich bin ganz draußen. Wo kommst du hin? Erstmal ganz zu mir. Teamwork on this play. Wo wollt ihr denn hin? Die beiden besprechen ihre Team allerdings nochmal. Wir sind im Team. Ich treffe ihn. Ich treffe ihn. Ich treffe ihn. Ich treffe ihn. Schade. Alleine durch das Kugel hätte mich fassen, er hätte sich genau vor mich gesetzt. Doch, ich habe es eigentlich gehabt. Ich war eigentlich schon da. Ich hatte es auch schon gehabt. Ach, das mit diesem Elefantenrollschule? Das ist ja vorjahrs. Wuhuuu! Aber nicht gegen die Snipers. Aber... Nein! Das ist auch ein geiler Sprung. Ich zerleg meine Koche erstmal selbstständig. Also im Saltus drin wirst du auf jeden Fall die Nummer 1. Danke. Oh ja, es ist größer. Nein! Boah, ich komme wieder kochen weg. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Schade, du, es machst du! Ich treffe die scheiß Hand. Ich habe eine Kampagne, das ist zum Kolzen hier. Wuiiii! Wuiii! 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 Ist das geil! Das Auto bringt mir kein Glück, nicht mehr im Andrus. Das ganze Ding ist, Leute, kein Glück. Wuiii! 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 Wuiiii! Wuiii! Wuiii! Wuiiii! Wuiii! Du bist hier jetzt eigentlich die Chance gewesen. also wie du fährst kannst du auch die rampe nie bekommen ich bin mal ganz unten bin ich jetzt hier auf der autobahn muss wieder hochfahren doch genau da da war da rechts genau ach das war nicht kevin hat ja schießen lassen die blinse verloren wenigstens hochgekommen im gegensatz zu dir das ist nicht meine aufgabe drehen tut doch weh es ist doch du musst doch standfest bleiben das ist ja aber die frau muss die vorarbeit leisten habe ich noch gemacht habe sexy das news angezogen ist ein problem ich war schon mal über ohne und ohne was kondom das könnt ihr jetzt interpretiert nach was kommen wo die scheiße sind das stehe ich hier beim messer und soll ich die reifen aufschnittst oder was die satz zu schaffen sie wäre nämlich darum ich stehe aber mit dem schaden im links hier oben hatte ich bringe schon mal und das wenn du schaffst du schon weil ich bin ich bin ja absolut das leider gott weiß ich bin ja gleich jetzt wenn das arme rennen die erde los das säge etwas runter so in die tür verdammt das war die wittschutzscheibe und da hast du gespielt oder baby leiser 9 9 9 es weg also im auto nehmen so ein gas tank ist nicht unbedingt schön lo heute hello Kevin, wir müssen mal Bait-of-Ein zielen. Ziel du überhaupt erstmal. Ich kann es nicht. Ich bin kein Sniper-Gott. Der war knapp. Schönen guten Tag, Sir! Das ist nicht wahr, ne? Nein! Ich bin trotzdem noch gestorben. Ich bin trotzdem. Fünf Sekunden, aber ich falle da doch noch um. Also das war jetzt unfair. Baby war schon tot. Oh! Soll ich erstmal ein neues Auto? Nein! Mist! Das wäre es jetzt gewesen. Da oben landen und ihn kaputt fährt. Oh, Alter! Du hast die Tür aufgeschossen. Kevin liegt hier oben rum. Ja! Wieso? Weil meine Charakter dann sagen wollte, als Baby tot war, 50 Sekunden später sterb, dann doch noch. Die flache Rampe ist irgendwie nicht sehr hilfreich. Wauw, oder? Wauw! nein es ist aber eindeutig schwerer mit den dingern jemanden zu treffen als mit den insurgents das hat weh wieso hat das jetzt bei uns als sieg gegolten das verstehe ich nicht keine ahnung wahrscheinlich bei baby mich ja irgendwie noch geholt hat aber keine ahnung ich verstehe es nicht mich auch da unkühl gehabt mensch ja keine ahnung sind wahrscheinlich nicht war einfach zu mir dass ich nie gewinne lässt sich von baby die stadt aus dem alter ich habe mich richtig du hast sie du hast sie du hast sie ja geholt sie sind gefällt 50 und später bei karakter und steppern auch noch sie hat mich eigentlich gar nicht erstochen was auch dass ihr euch nicht nur was abschneidet ja genau nimmst du nimmst die richtige farbe ja das war auch ziemlich bewusst so auch in der scheiße und schießt nicht auf pinke autos jetzt geht das wieder los ich krieg die türen nicht zu mal heute macht menschen das ist gut hallo ja soweit ich dachte das reicht doch der eine zu weit der andere zu kurz leider ist zu lange ja ja mit der luke sieht alles größer aus gewissens magst du gut sie das hat runter gerutscht also der controller ha 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 diese scheiße rolle wir haben nur noch baby oben ja schön kevin ist doch schon tust du dödel ich bin ja ja ich habe ein zweimal mit dem schatz gewerr aus dem auto raus kurz da kann ich jetzt noch mal schnell pinkeln gehen machen knöten rein kevin muss das ja wohl empfehlen aber das einmal zu kurz dafür sagst du vielleicht alles erfahrung das war der reifen sie ist aber der platz schon alles wieder sind die platzpatronen ja ich ja alles ich 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 mir liegt der kevin rum habt ihr das gesehen ich habe das mal und das gerne ich habe es immer mit dem verfall ich habe es auch mit guten jetzt aber auch mal schafft das muss man euch beiden lassen das war gerade eine sehr geile aktion von baby spät haben was eigentlich überhaupt 2 was 3 2 ach so um 2 ok aber du hast mir das gleiche vor wie ich vorhin mit dem markus du wolltest mich eigentlich runterschieben ja vor allem es hätte fast geklappt du hängst an der tür dran und sie macht den backspin und dann bin ich nur so nur halb Meter vor der plattform bin ich halt noch nie hier zum stehen gekommen und sie ist in dem Augenblick aber runter gefahren ach so geil ach das freut lustig wir konzentrieren uns immer erst auf eine person am besten auf den markus das würde ich nicht auf mir sitzen lassen snipers was ist panthos ja es recht markus im brusel auto das war schneller ich habe damit gerechnet diesmal habe ich damit gerechnet dass er hochkommt und dann aussteigen will deswegen habe ich das besser schon gezickter zu oben war ich wollte nicht mal aussteigen das ist akkor mal passiert m 不要 so der wieder auf der hausse mal drücken es war jetzt hier ich war zu langsam mit der idee ich wollte da ich mit unternehmen ich hätte ich fast noch erwischt es wenn du bist nicht weit genug gerutscht wirst du bist zu trocken rutscht sich noch nicht gut genug die schmierungen nicht die korn sind so scheiß dass sie schon wieder geil sind so diesmal nämlich nicht die rosa möhre die bringt immer nur pech ich bin zweimal der rosa möhre gestorben das gelbe auto das sehen sie war da bringt natürlich die plattform nie eigentlich ja auch in der scheiße wo wollte denn hin ich dachte ich wollte einkaufen dann geht auch zu netto das auto habe ich ja schon das werden eigentlich vor fährt der eigentlichen ich war von rund reise ich bin das konzert gemütlich wollen wir gucken was die korrekte kann was die kopen locker hat ich stehe auf kurse du stehst doch alles hier umstehen autos ist mir gerade aufgefallen das wieder los jetzt wird es wieder gefügelt klingt fast wie quitschendes bett das müssen unregelmäßig ich habe ja bei controller verzieht die akustik dann gerade bitte ich habe ein bisschen wenn du schaffst du schon was willst du noch alles neu kaufen reizwäsche ich komme nicht mal zurück doch du musst ganz normal durch was an das fahren du kannst immer wieder durch nicht weiner weiner ja das problem ich habe vergessen zu bremsen das problem ist nur ich hatte ich eigentlich erwischt in dem augenblick woanders hingestellt ich bin nervig kevin es liegt jetzt an die ja die runde setze ich jetzt mal aus das wird nichts mit dem stick der bleibt irgendwie hängen dass ich die ganze zeit nicht weiterkomme ich kann nichts machen ich kann nicht verlinken ich kann nicht verlinken los der Karten Kind von euch nicht das nicht die Säure die Wälder die Vögel stehen dran Scheiße, ich hab geboren... Verdammt... ist aber noch nicht kommt der baby holen wir uns jetzt jetzt hat es auch waren nein wie geht das das war mit absicht bb denkst du jetzt hier oben ja du willst aber schon dass du eigentlich runtergefallen bis sind doch immer wieder hochgesprungen boden also bei mir lag ich halb an der kant und dann bin ich wieder aufgestanden zu glück das wort sinnlos du bist eigentlich runtergefallen auch immer stehst du hinterm auto daher die tippen sich da wieder hoch ich hatte das er hat das letzte woche auch da bist du bei mir bei diesem wo wir auf diesen containern in der luft faustdämpfe gemacht haben ist da auch runtergerutscht auf einmal stand ist auch wieder vor mir das ist ja auch ein video gesehen ja deswegen das ist kein schieten das ist einfach manchmal die die connection ist auch nicht mal so ein bisschen bescheuert achte ich bin da kevin hat sich ja wieder da hat gar nicht gemerkt dass du oben bist ich habe mir noch gesagt achtung kevin das oben das oben und du hast du sagst nicht nur noch runterfallen ich dachte alle noch rückwärtsgang einlegen momentan ist einfach heute ist einfach recht alles ich gewinne nicht schon wieder der match